Ich könnte mal gucken. Okay, ich werde dann gehen. Ich werde es verflossen. Ah ja. Oh, es ist du. Ah, mein Kopf. Hier, trink das. Arbeit für mich. Wir sind bereits leid für die Delta-Theta-Gamma-Party. Will deine Freundin mit uns kommen? Oh, lass sie. Sie ist entzündet. Okay. Ich hoffe, es werden einige süße Leute da sein. Genau. Was für mich dann? Du bist kein Mann, Kenny. Du bist ein Freund. Keine Kommentare. Wir werden einen schweren Zeit haben, ohne die Twins. Sie kennen einige Leute aus der Bruderhütte. Unlike uns. Oh, ich bin dran. Das ist das Auto eines Studenten, der großzügige Eltern hat. Mal sehen, können wir das Logo erkennen. Leider nicht schade, aber sieht mir nach Porsche aus. So was in der Richtung. Ne, Pau fahrt dieses Hack, also auf jeden Fall was. Boah, no shit. Wenn du einen Drink interessieren, habe ich einen Leak in die Körner. Hey. Geh schweißen, woanders, große Junge. Ah, gut, so können wir uns einen anderen Weg rein. Er ist verschlossen, die Party ist hier sowieso nicht. At Endlich werden wir uns die Hände abziehen. Schläger sieht nicht gerade doll aus. Hockey-Schläger. Waffen-Nü kannst du Waffenverwalt drücken lassen, man muss es anzuzeigen. Oh ja. Kenny, Stärke, Amy, Ziffern, das sind wohl die Spezialfähigkeiten. Hm. Objekte, Energy-Rink, Team. Ah ja, hier haben wir die Charakter wieder. Corey, Akrobatik. Corey Wilde ist ein Starker, den Schmerzen nicht fremd sind. Corey ist der lebende Beweis, dass der Menschen vom Affen abstammten, dass Evolution nicht immer zum Fortschritt führt. Er ist ein Neurotiker, der ein angeborenes Talent für Selbstmordakrobatik besitzt. Wenn es um sein Auto geht, ist er ein totaler Monogamist und betrügt dieses nur mit May, seiner offiziellen Freundin. Alte Taste. May Wong gehört zu den Hardcore-Videospiel-Fanatikern. June, ihre Zillingsfeste, die sie verehrt, ist ihre einzige Wahl in diesem Gebiet. May hat die schlechte Angewohnheit, alle Kommunikations- und Sicherheitsgeräte, die sich in Reichweite ihres PDAs befinden, zu hacken. Es lebt für Mays das aufregende Spiel von allem am liebsten, spielt sie mit Corey. Hacken ist ihre Spezialfähigkeit. Aber Kenny, ehemaliger Liefmoor-High-Student und Vollzeit-Schöning Kenny Matthews, geht Ärger und anderen Händen nur selten aus dem Weg. Er verwendet rohe Kraft, um sich seinen Weg zu bahnen. Als gefreiter Quarterback hatte Kenny reichlich Gelegenheit, die Damenwelt von Fall Creek zu erobern. Geht es jedoch um seine Schwester Shen, schlüpft er ganz schnell in die Rolle des kleinen Bruders. Und Amy, eine echte Blondine und Miss-Wed-T-Shirt auf dem Campus, ist Amy Brooks zum Teil für die verdächtige Schwüle unter vielen Bettdecken der Jungs von Fall Creek verantwortlich. Jedoch lässt sie ihre phänomenale Geschicklichkeit beim Entziffern und Zerlegen von fast unglücklichen zu entziffernden Codes und Puzzles in eine Liege aufsteigen, in der selbst ein Frauenheld nicht dir die Hand reichen kann. Vielleicht wird das den Bouncer-Mind verändern. Don't be a pain, Kenny. We're in. It's cool. So he lit the match and held it near his pants. Dude, the smell, the explosion, it was awesome! It's total crap, dude. Yep, everywhere! Stupid pinball, I offer a little kissing action. Ja, ja, ja. Die Tür ist von den Schlossen. Moment. So. Wie ging das hier jetzt nochmal? Aber wir gehen mal zurück zum Türsteher und hauen meine rein. Da kann er noch mal so sagen, kommst du nicht freuen. Aber für eine Mordsparty zu sein. Ah ja, hier, ich hab was für dich. Komm her. Komm raus, ich hab keine Angst vor dir. Und es ist hier, dass May es hacken kann. Ja, May haben wir nicht da. Okay, wo muss man... Ich kann halt auch schon Mädchen da drin erkennen. Oh, Kenny, die Frauen hält. Okay, hier, äh... Wir müssen hierher kommen, dass wir hierher kommen. Wir haben hierher auf den Ruf, um zu einer Party zu kommen. Hm. So kommen wir nicht da hin. Könntest du diesen Kraten da drücken? Ich kann es nicht tun. Ich bin nur eine wege Frau. Ja, sicher. Ich würde gerne, dass du dich arbeiten möchtest. Ja, aber es macht dich alle heiß und schweig für mich? Ich kann das Übungsverlust nutzen. Keine Worte. Ich bin sicher, dass jemand dich in dir in der Mitte nehmen wird. Das schmeckt, dass er liebt sich. So. Okay. Kiste stand da falsch. Wahrscheinlich dann hier. Wir bleiben nicht hier. Wir müssen einen Weg in finden. Okay, will er falsch. Also da, aber... Okay, die kann es nicht schaden. Woll. Die haben hinter sich abgeschlossen. Was für eine Frechheit. Sieht so, dass jemand einen Start bekommen hat. Schau. Sie vergessen, dass sie ihre dörten Magazinen vergessen haben. Also, rote Kinder sind menschliche Menschen. Oh, jetzt muss ich sie auch noch extra hinterher holen. Also, hoch mit ihr Mädel. Wir haben ihre Schmuddl-Magazine vergessen. Geil. So. Kommst du? Na also. Kommst du? Woher kennen wir das noch? Was ist dieses Mess? Well, Leute haben Spaß. Aber... Also das... Golfschläger. Gut, den geben wir mal Amy. Gucken wir mal, was wir ja nehmen. Oh yeah. Komm mit einem Stuhl. Ich verstehe nicht ein Wort davon. Du hast besser einen Blick, Amy. Gucken wir mal. Okay, gucken wir mal. 1873. Ich schreibe mir das mal flott auf. Habe ich ein Kuli? Ja, geil. Das Letztplay fehlt, weil ich keinen Kuli zum Notieren habe. Ich bin schmerzt und sie haben meinen Freund zu töten. Ich bin schmerzt und es wird bald deinem Kuli zum Notieren geben. Ich bin schmerzt und sie haben den Kuli zum Notieren. Ich bin schmerzt und sie haben den Kuli zum Notieren. What a strange little key. Hm. Genau, haben wir einfach alles kaputt. Okay, hier haben wir keinen Griff für den Frank, ist ja auch geil. Moment mal, kann man... Nö, kann man nicht. Wir können Fenster zer... ...schlagen, aber keinen Frank. Na gut. Holz gegen Holz, das wird auch nicht lange durchhalten. VKs mit Trophäen, das ist jeder. Ich weiß drauf. Man war alles kaputt, alles kaputt. Alles kann. Gut, hier ist nix. Blockiert. Game 12 für den Bakterologieunterricht zu verkaufen und so weiter und so fort. Interessiert uns nicht. Ah, das ist ja auch schon bekannt. Echtes amerikanisches Billard. Professionelles Zeug. Wen fehlt es hier an? Nichts. Was bringt das? Außer, dass ich jetzt hier festhängen... Geiler Alkohol, diese Jungs haben einen exzellenten Geschmack. Nur ein paar leere Flaschen, die als Staubhänger dienen. So, sonst ist hier nichts, aber hier soll die Wumme sein. Moment. Eins, acht, sieben, drei. Da ist es. Jetzt das, was ich mag. Also, ich werde nicht heute Abend schießen, oder? Du schaust einfach deine Ammonition für später. Wow, das Ding hat meine Meinung geblieben. Mein Kopf ist spüren. Mann, was ist all diese Wahnsinn? Oh mein Gott, es kann nicht wahr sein. Hau ab, verschwinde! Verdammt, ich muss nachladen. Oh mein Gott, ich muss nachladen. Was passiert wieder? Was sprachst du? In der Schule, wo ich bin, zwei Jahre vorhin, Studenten sterben von so einem Schein. Ich dachte, das war nur ein lokaler Myth. Und ich denke, was wir gerade zu töten war ein lokaler Myth, war es? Oh, was ist das? Es ist noch leidig, würde ich sagen. Wenn ich aufstehen, nicht mich nicht, würde ich? Du bist mein Gast. Hier wird noch mal eine Magnetkarte benötigt. Hier wird noch mal eine Magnetkarte benötigt. Wir sollten nachher schauen. Ich weiß nicht, Kenny. Würdest du lieber hier stehen und sterben? Äh. Äh. Das möchte ich hier nicht verwenden. Moment. Boah, dieses Klopfen regt mich auf. Ja, super. Gucken wir schon mal nicht durch. Hm. 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 Okay. What's los? Man. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wir können hier nicht bleiben. Sie werden uns in Schnauze zerbrechen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja. Neun Millimeter. Der ist tot. Oh, super. Verschlossen. Oh. ... 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 A ... Unsere Leben können davon dependieren. Keine Angst, ich habe keine Intention, in einer Bibliothek zu sterben. Hier haben wir nichts. Mir wird schon langweilig, wenn ich dieses Büro nur sehe. Du musst gerne. Diese Bücher heilen alle von der Geschichte der Wissenschaft. Okay, hier können wir noch nichts machen. Ich will nicht in diesem Ort sterben. Wir müssen gehen. Hey! Ist das die, die du auf Mädchen hattest? Äh, das wollte ich eigentlich nicht. Stürme! Oh toll, ich muss das selber nachladen. Das sind Facts! Just don't leave me Kenny, for heaven's sake! Don't worry, we'll get out of here. And we have to find the others. Let's first try and get out of here. Yes, Hilfe. Woah! They're coming from everywhere! Woah! This is getting worse. Oh, yeah. It's disgusting. They almost look like human beings. Enhills! Behöls! Ein Jesus! Ent 很 Eternal. Reise! Versteigt! 1 Answer.